Geschichte 10 Der mutige Abenteurer und der magische Schatz Es war einmal ein kleiner Junge namens Ben, der von aufregenden Abenteuern und verborgenen Schätzen träumte. Jede Nacht lauschte er den Geschichten seines Großvaters über vergangene Entdeckungsreisen und legendäre Schätze, die in fernen Ländern versteckt waren. Ben war voller Neugier und Abenteuerlust und sehnte sich danach, selbst ein tapferer Entdecker zu sein. Eines Abends, als der Mond hoch am Himmel leuchtete und die Sterne funkeln ließ, bekam Ben Besuch von einer geheimnisvollen Eule. Sie erzählte ihm von einem verzauberten Wald, der angeblich einen unglaublichen Schatz bag. Doch um diesen Schatz zu finden, müsste Ben den Mut und die Entschlossenheit eines wahren Helden beweisen. Voller Aufregung folgte Ben der Eule und betrat den verzauberten Wald. Über ihm spannten sich die Zweige der alten Bäume wie ein grünes Dach und geheimnisvolle Geräusche erfüllten die Luft. Ben spürte die Magie des Waldes und wusste, dass das Abenteuer gerade erst begann. Während seiner Reise durch den Wald traf Ben auf sprechende Tiere, die ihm hilfreiche Ratschläge gaben und ihn auf seinem Weg unterstützten. Er überwand tückische Schluchten, durchquerte reißende Flüsse und kämpfte gegen listige Kobolde, die versuchten, ihn von seinem Ziel abzubringen. Schließlich erreichte Ben eine geheimnisvolle Lichtung, auf der ein uralter Baum stand. Dieser Baum, so erzählte ihm eine weise Eule, war der Hüter des magischen Schatzes. Doch um den Schatz zu erhalten, musste Ben eine letzte Prüfung bestehen. Die Prüfung bestand darin, seinen wahren Mut und sein inneres Gleichgewicht zu finden. Ben schloss die Augen, konzentrierte sich und fand den Frieden in seinem Herzen. Mit einem mutigen Sprung erklomm er den Baum und erreichte die Krone, wo der magische Schatz auf ihn wartete. Der Schatz war kein gewöhnlicher Goldschatz, sondern ein Buch voller Geschichten und Abenteuer. Es enthielt die Weisheit und Fantasie vergangener Zeiten und hatte die Kraft, die Vorstellungskraft jedes Lesers zu entfesseln. Ben fühlte eine tiefe Dankbarkeit und wusste, dass er nun nicht nur ein mutiger Abenteurer, sondern auch ein Hüter der Geschichten war. Nach all dem Aufregenden und der Entdeckung des magischen Schatzes kehrte Ben schließlich zu seinem Zuhause zurück und legte sich zur Ruhe. Er war erschöpft, aber glücklich. Ben wusste, dass er einen Unterschied gemacht hatte und dass Geschichten die Kraft hatten, die Welt zu verändern und Träume wahr werden zu lassen. Mit einem Lächeln auf den Lippen und dem magischen Buch in seinen Händen schlief Ben ein und träumte von den aufregenden Abenteuern, die ihn in den Seiten des Buches erwarteten. Gute Nacht, meine lieben Kinder, und mögen eure Träume euch auf wunderbare Reisen mitnehmen, in denen ihr eure eigenen Schätze entdecken könnt. Träumt süß und lasst eurer Fantasie freien Lauf. Mal bei mir mit dem False. Mal bei mir bei mir, mit worry.